Der nach Gott Rufende und der Gerufene werden eins. Im Zustand einer allumfassenden, alles und jeden einbeziehenden Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste im Sufismus und das Geben. Das ist nicht Bedingung, aber beides gehört ganz wesentlich zu den sufischen Tugenden. Das Wichtigste ist, dass du liebst und dass du geliebt wirst. Mit ihrer Religion der Liebe setzen sie ein starkes und mutiges Zeichen.